so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play rom tot war 2 mit makedonien und wir haben letztes mal eine krasse schlacht geschlagen und jetzt dieses mal auch wieder meine 2000 gegen 45 läuft los geht's unser vorteil ist dass er uns angreift und natürlich ist er schon wieder auf ein paar und der letzte war auch auf dem high ground aber ja hier sind leichter high ground aber dass das nee das ist blöd so das ist alles klar es ist nur eine leichte steigung aber trotzdem bekommen die anderen dadurch einen bonus aber ja er greift uns an und das ist schon mal was ich würde jetzt sagen ich überlege gerade ob wir wie letztes mal uns in die ecke verbunkern verschanzen hat auf jeden fall vorteil dass er seine masse nicht ausbreiten kann oder beziehungsweise nicht nicht einsetzen kann die andere überlegung ist dass die finde ich gerade ziemlich cool ehrlich gesagt die zeige ich euch mal kurz die kann ich euch gar nicht zeigen die zweite version ist zwei lager zu machen also einmal hier und einmal da also einmal auf dem berg und ich glaube den die mache ich sogar weil ich kann den berg mit der mit dem pekinieren abdecken und auf dem berg kommen dann die ballisten und dann hier kommen dann die hopliten hin und die steinschleuderer und dadurch kann je nachdem wo der andere hingeht oder wenn er sich austeilt ist ja auch gut die balliste greift dann hier an und die steinschleuderer greifen hier an und jeweils immer in die seite rein ich glaube das mache ich und die kavallerie freut sich dann ihres lebens so die kommen hier hin die kommen dahin die kommen auch hierhin es nähert sich weiterhin unterstützung die kommt dahin general kavallerie kommen erst mal aus dem weg so dass er wird jetzt ein bisschen dauern bis er da ist solange kann ich ja hier so den kreis machen also wenn die kreis also aber hier einmal hatte ich ja macht die fernkämpfer so warte hier kommt dann schon der feind deswegen machen langsam hier 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 ja das nervt gerade so und ihr stellt euch so auf so und ihr kommen die ja langsam ja das ist ein bisschen blöd hier ganz so optimal ja die idee kommen nicht so weit hin aber ok so hier mache ich mal brenntes geschoss weil erstens rollen die und zweitens brennt sie also alles gut so wie nackt ich lasse mal bis zur hälfte angreifen und dann dann höre ich auf ich greife lieber die eiche schwanen an die sind heftiger ich gehe noch also mal da rein ich gehe noch ein paar haben sie schon getragen noch ein paar haben sie schon getragen ich muss erwarten bis die anderen dennoch kommen ich muss erwarten bis die anderen dennoch kommen so ein bisschen verschieben damit die die plänkler mich auch treffen ich gehe ganz dahinten hin damit die steinschleiterer nicht aus Versehen mit den general treffen ja ok 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 Ich bin glücklich, den Feuer zu dienen. Okay, die haben die Position nicht sehr verändert. Das ist schon mal gut. So, jetzt fängt er an zu rennen. Wir haben die versteckten, feindlichen Einheiten entdeckt. Fangen dann auch gleich zu schießen an. Das ist halt jetzt krass. Jetzt muss ich halt warten, bis die da alle gekommen sind. Damit ich anfangen kann, hier zu... Äh, nein, ich will bitte den da... Alter, von der Seite ist das ein bisschen fies. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war's halt. krass ist halt eher nicht schlecht okay okay Ich kann grad nix mehr umsehen. Ey! Wieso lädst du jetzt? Oh, die da drüben brauchen Hilfe. Die brechen kann eigentlich. Ich glaube das hilft schon ein bisschen. Warte, jetzt muss ich mal schauen, dass... Ähm... Hier... Ja, das hab ich nämlich befürchtet, dass der... Ja, das hab ich nämlich befürchtet, dass der... Die Katapulte nicht wirklich gut schießen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nöne des Ares! Hütz ihr Tairon! Die Makedonier sind bereit! Ketteyron! Neue Söhne Makedonien! Kapyrruuuuuh! Würge Kopp an die Wände! Einen Kalkers! Pieken bereit! Ich erwarte eure Gefäder! Boah, die Nackenschwer... äh, Schwerkkräfte sind halt so... so gemein. Fehler? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schämtlicher Anfänger. Das ist ein schämtlicher Anfänger! Bis zum nächsten Mal! Ja, das war nicht ganz so gut, das lief nicht ganz so gut, aber noch ist es noch nicht vorbei, aber eigentlich fast. Die Mhelstar, Summen, unsere Männer fliehen vor der Schlacht, das ist ein schändlicher Angriff. Anwälte rein! Bürgerkappademie! Da kommt Kappademie! Bis vorwärts! Direkt vor! Bereit! Hey! PC Teuroi! Bürgerkappademie! Zubefehl! Hey! Vorwärts! Bereit loszureißen! Zu befehl! Für Zeit! Schieb! Eure Befehle? Hm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Ihr Tod! Steinspeuterer! General! General! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! General! General ist jetzt vorbei! Ah, mein Schatz! Ja, dann hätte ich es doch anders machen sollen! Ja, Kommandant! Aber ich wollte das mal so probieren! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Ich wollte mal probieren, wie das... Ob das funktioniert, wenn man eben zwei Lager hat und dann so hin und her schießen kann. General! Bleed dead! Der Stöckig! Wir werden kapatieren, wie die Stierner! Inziteiroi! Rechereit! Positionen... Reboven! Sehle! Quatsch vor! General! Renn die Waffe! Inziteiroi! Kommandant! General! Wir sind tot! Das steht mal genau. Oder guck mal. Krass. General! Kalt rät her! Unser General ist gefallen! Mh! Eigentlich ist der General immer der, der die... ähm... Ding trägt, aber egal. Bzw. Wir sind tot! Wir sind tot! Wir sind tot! Und tot! Hm. Ja, 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 ja. Aber war auf jeden Fall interessant, finde ich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Abweck. Die stehen halt immer noch. Nice. Teurer, feindlicher Sieg. Uiuiui. Alter. Naja, ich hab gut, ähm, ja, fast das Doppelte von mir vernichtet. Hm. Äh, das Katapult, ne? Fast 700. Aber trotzdem, ich hab viel zu viel verloren. Na schön. Ja, das, das mache ich jetzt automatisch. Auch wenn jetzt einer stirbt. Das passt. Okay, zwei sind zu viel. Wolle nicht der Goldene. Ach, ihr seid da. Gut. Gallesche Könnten, Konföderation, du bist tot. Definitiv. Definitiv werde ich dich vernichten. Vielleicht wäre es euch möglich. Nö, es ist nicht möglich. Nö, es ist nicht möglich. Nö, es ist nicht. Ich überbringe euch nicht. Nee. Zuerst einfach reinlatschen und dann... Hä? Wo bist du, äh, du da hingekommen? Hä? Sag ich doch, die machen immer, ähm, äh, Angriff. Äh, ne, äh, die Fragen, äh, ob man Frieden haben will. Wenn man Nein sagt, greifen sie an. Das meistens so. Aber, naja. Das ist nur ein kleines Ärgernis. Ich meine, die habe ich gleich wieder mit denen. Ach, der hat hier unten angegriffen. Aha. So, äh, tricky, little guy. Gut. Dann würde ich aber sagen, die letzten Folgen waren immer so, so lang. Dass wir dann, wenn ich wieder dran bin, dass wir dann... war denn niemand drin oder was? Die 10.000... Ähm, dass wir jetzt, äh, Schluss machen. Das glaube ich auch nicht so schlimm. Äh, die sind ja total, äh, nicht ganz so geil. Minus Gravitas pro Runde ist halt mega schlecht. Und die Kooperation ist auch scheiße. Ja, dann machen wir halt, äh, äh, Minus Autorität und der wird dann irgendwie... Ah, die linke Faust hat auch einen verloren. Verdammt. Ah, dann wird das auch ein... zivile Militär, gescheiterter Wischen, äh, ehrenhafter Tod. Genau. Natürlich... Ah, natürlicher Tod. Okay, alles klar. Erlass annulliert. Erlass annulliert. Agent erholt. Erholt, erholt. Okay. Gut, dann, äh, warte bevor ich's vergesse, weil nächstes Mal, wenn ich wieder dran bin, werde ich's vergessen, dass wir militärische Boni haben. Beziehungsweise Boni auf Militär, äh, Ding. Das werde ich auch vergessen bis dahin. Ähm, kenne ich gleich hier Kaffee. Gut. Dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles gut. Bye-bye.